Hallihallo, Hallöchen meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu GTA Online. Wieder mit am Start ist der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Mr. Helm. Mahlzeit. Und der Chris Play. Boom, chicka, wah, wah. Ja, und wir sind aber noch, wir sind jetzt bei der zweiten Mission, vom zweiten heißt. Und wir klauen, wir stehlen uns jetzt einen Bus. Wir bauen einen Bus. Diesmal nehmen wir den Kuruma mit. So, bereit zum Spielen, go. Sein Kuruma, ey. Ey, mit seinem Kuruma. Jetzt schreibe ich jetzt recht nicht wie das Drexling ein. Ja, da steht schön in Klammern Hitagipanzert. Das sieht mich doch gar nicht. Wo stehe ich denn jetzt? Ach, hier rechts, Mensch. Die verdornen mich ja immer. Da stehst du immer woanders, oder was? Ich nehme die Zipfelmütze. Also ich stehe zum Glück immer in der Mitte, weil ich Boss bin. Oder Bössin. Mit deiner Obermöße. Du bildest dich aber auch ganz schön was einiger, ne? Nein, das liegt daran, weil ich Anführer des Heist bin. Deswegen, das steht da sogar immer. Komm, verschiebe mir abstellen. Du bist Träger der Robbenhose, mehr auch nicht. So, Papa Helm, jetzt entscheide ich mal. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. P drauf. P für Papa Helm. Perfekt. Gute Tarnung. PSV für du Sack. Du Sack. Och, jetzt ist wieder dieser scheiß Chat im Bild. Echt? Echt? Ich bin gar nicht. Ja. Na mal ein Chat. Mit dem Onkel ist schon umgezogen. Nö, Mann. Gib mir das Auto. Gib mir das Auto. Wig du Wurst um. Ey, Onkel. Klau nicht mein Auto. Nö, mach ich nicht. So. Tut gut. Da will irgendwer, glaube ich, abgeholt werden. Papa Helm fährt alleine. Du möchtest selber fahren. Natürlich, fahr selber. Der Herr. Natürlich. Selbst der Mann. Komm, holt mich. Das fehlt mir nicht so ein... Hielt den Gefängnisbus. Jupp. Ey, nicht rammen. Muss erst mal gucken, wo ich lande, man sie ja. Genau, ähm. Onkel, kannst du mal schnell gucken auf der Karte, wo der ist? Ähm, soll ich markieren oder? Wie weit der... Ja, wie weit der jetzt entfernt ist. Kannst ja vielleicht sogar einen Wegpunkt setzen, wie ich am besten fahren soll. Kann ich machen. Gar nicht. Gar nicht. Wer zuerst da ist, hat gewonnen. Vielleicht können wir ja über die Schnellstraße fahren, weißt du? Ja, das ist gut. Scheiße. Danke. Beton. Schließlich, ich hab'n Team-Player-Rolle. Schön. Ganz toll, das findet man sich. Ihr wolltet ja alleine fahren. Puh. Habt ihr davon. Genau. Ich hab' hier'n Navigator dabei. Guck mal, ob ich den auch so finde. Der Herr mich beim Fahren unterstützt. Ich warst zu, ist zu, Helm. Da wollte mich ja irgendwie jemand rammen. Aber, Gabax, vielleicht sollten wir dann am Ende dann doch vielleicht auf die Warten dann nicht, oh Gott. Sonst. Ja, natürlich. Gibt's vielleicht noch, äh... Aber guck mal, da fährt irgendwer und zieht da her. Warum nur? Der nutzt uns als Navigator. Und dann... Kurz vorher, ramm ich euch von der Fahrwahl. Genau. Genau, da machst du jetzt immer ganz, ganz kurze Abbiegung. Also ganz knapp davor ziehst du rüber. Genau. Oh, ob ich richtig fahre. Da ziehst du mir das Licht an der Straße. Ah, nee. Ich weiß nicht. Genau, da sage ich, oh, wir müssen hier rechts raus und dann fahre ich doch links. Haha. Arsch. Du bist ja ein Gangster. Das kommt davon, wenn man ein G drückt oder sich eine Maske anzieht, während man fährt. Oder auf ein Handy rumguckt. Du guckst auf ein Handy rum? Huh. Was ist denn das Ding, Alter? Das ist eine Idee da oben. Aus dem Weg, man. Ich bin echt voll weit gefahren. Aber ich genieße die gute Ausdruck. Alter. Was ist denn los? Das ist wieder, ähm, was ist mehr, was ist mehr, was ist das? Ach so, guck mal, die fahren. Hau mal, da mach ich mal. Ah, da fahr sie, ja. Und ich fahr hier gerade gegen irgendwelche Steine. Da mach ich wohl mal am besten. Da müssen wir mal Gatling rausholen. Wir sind BMX rein. Du, jetzt fahr mal ruhig, dass ich den. Oh, shit. Gleich da. Willst du mal aussteigen und dem in den Kopf schießen, oder so? Ja. Ja. Und du bist du nicht tötet? Ja. So, ich hab mal den Fahrer erschossen. Oh, guck mal, das verdeckte Polizei. Kannst du nicht machen. Oh, was mach ich denn? Das tötet Menschen. So, steig mal ein, genau. Und ich beschütze dich mit dem Fahrzeug. Steig mal ein und ich fahr... Wohin jetzt? Ey, der verarscht mich doch. Erstmal losfahren. Einfach erstmal losfahren. Äh, losfahren. Genau. Und jetzt sollen wir die Kuss abschütteln. Ich seh schon, ich seh schon. Ja, aber du musst zurück. Du musst zurück, du musst die Route... Schießt du die Route? Ja, ich... Achso, mach doch. So. Sicher, dass ihr die Route zurückfahrt? Irgendwie, wir haben doch die Route auf dem Dings. Echt? Nein. 400 Meter. Nein, 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 ihr müsst einfach nur wegfahren. Nein, wir haben die Route doch... Nein, das ist unsere persönliche Route. Stimmt, fahr weg. Die Markierung ist das nicht. Okay, fahr nur weg. So. Einfach per Autobahn. Vorher schalte die Flugeskorte aus. Ja, wo ist er denn? Halte die Flugeskorte aus. Wo ist er denn? Ich sehe, wenn er nicht da rum ist. Warte. Knall drauf. Hab's. Warum hab ich denn auch drei Sterne, Officer? Ich war da gar nicht dabei. Mitgegangen, mitgefangen. Wo fahrt ihr denn lang? Ja, wir fahren weg. Hubschrauber kommt drunter, oder? Da, Hubschrauber landet. Hilfe. Hilfe. Verdammt, komm, schieb den weg. Das ist er weg. Die Scheiße, die Karre sich auf Sand fährt. Das ist der Wahnsinn. Boah, Alter, die Ecke. Boah. Oh, scheiß dran. Oh, bleib stehen. Ich fahr mal auf die Gegenseite. Lol. Ach, stimmt, ich hab ja gepanzerte, ähm, Räder. Ich bin da vorhin die Nagelbretter rübergefahren. Muss hier mal abbiegen. Komm, muss erst mal an euch rankommen. Hei hoch. Macht ihr mal ein bisschen Platz. Hör auf die Engine, sagt er. Ja, warten Sie. Wer kommt jetzt da? Oh mein Gott. Auf die Engine. Gehen wir mal weg. Ich hab euch gefunden. Oh Mann. Die könnten nur da vorne sein. So, was wissen wir. Wir wissen das. Die rennen euch hinterher. Rennen. Ja, die sind euch hinterher gerannt. Du, ich hab' mal abgeschossen. Das könntest mal abhängen. Nein. Ich fahr hier gerade sonst wo lang. Ja, du hast sie nicht perfekt abgehängt. Ich hab sie gleich abgehängt. Ja, weil ich die grad an, an mir hab. Hier fahrt mal runter, wo ich bin. Hier ist gerade clear. Hier ist kein Rolle. Ja. Von wegen. Da vorne kommt die Straßenskerre. Also ich bin hier sicher. Ich kann. Hör Kabak, bleib mal da stehen. Ich kann drehen. Moment. Wir haben ja auch einen Bus, Meister. Kabak. Am. Platz da. Ist das ein bisschen was anderes für ihn von der kleinen Schubbelnwille. Stop. Keine Bullerei mehr hinter mir. Da will mich rammen. Weg. Oh. Ich schießen irgendwie. Wollen wir einfach mal Fahrerwechsel machen? Vielleicht merken sie nicht, dass ich dann den Bus hinzufahren. Ist klar. Ich werd ja ausstrengend mich hier schießen lassen. Gute Idee. Hahaha. So war der Plan. Wer schießt denn da? Ich. Wir müssen wieder abbiegen. Hör, hört ihr mich überhaupt? Ja, wir hören dich. Sonst mich nicht rammen, du sollst die Bogen wegrammen, man. Wer sind das? Jetzt haben wir sie doch. Was denn? Wer denn? Weg hier. Du bist das nicht. Weg hier. Die Sandwich. So. Sind sie weg? Ne, vorne fällt noch einer. Ja, aber der trägt nicht um. Von der Kopf in seine Rolle. Von der Kopf in seine Rolle. Dann lenke ich den ab. Genau, lenke. Also bei mir steht jetzt, warte bis deine Team. Ich fahr doch rechts über die Straße. Also bis dein Team die Kopf abgehört. Warte ich auch. Richtig. Wir fahren in die Prärie. Wir schön spazieren. Gute Fährung. Gute Fährung. Ja fein Helbi. Ja fein. Ja fein. Ja fein. Oh Mann. Kriegt doch noch ein Leckerli nach der Mission oder was? Genau. Ein Leckerli. Fahrt ihn lang. Aber lieber Künstler. Ja. Wir fahren hier noch einen kleinen Gebirgshaus. So. Meine Wanderung. Wir wollen auf der Alm. Auf der Alm. So hoch mit der Gäste. Ja schieb mal an. Ja. Wollen die Bullerei weg? Oder was? Kein Mensch. Ja. Ja apropos ja. Sehr gut. Aber Chris bei dir ist die Bullerei noch nicht weg. Und jetzt? Ich schieb mich hoch. Yeah. Sehr schön. Chris. Aber es wird die Bulle los. Ich mache das Ding da schon. Äh. Ja. Der kommt gerade in die Bulle. Seht das für euch auch? Ne. Für mich nicht. Ja. Ja. Abgehangen. Der fährt fast gegen mich der Bulle. Kleiner Konvoi. Süß. Süß. Ja toll. Jetzt. Sie Bullen wieder hinter dir. Ich hab so noch alle abgehangen. Ich hab so noch alle abgehangen. Wer ist da gerade gegen gefahren? Ich fahr den Fahrradkurs hier auf. Ey der Bulle fährt mir runter. Ich krieg die Sternchen. Komm. Komm Chris. Steig bei mir ein. Sternchen. Ich fahr selber. Steig bei mir ein. Steig doch lieber ein und schieß raus. Ah nein 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 nein. Steig ein. Bevor du gleich stirbst. Wieso sterb ich denn? Ja komm. Weil die schon Ares steigen und auf dich schießen. Was machen die Ares steigen? Ares steigen. Genau Ares steigen. Ares steigen. Ares steigen. Hm. Sehen die 4? Ja. Hört das an. Blinker mal. Da kommen ganz viele im Berg hoch. Verdammt. Ich hatte sie so schön abgehangen. Wer hat sie mir wieder an den Arsch geklebt? Der Chris. Was? Ich hab sie abgehangen. Ich hab da gerade noch ein Trophäe gekriegt. Ist klar Norbert. Ich hatte gerade noch was von schönes Gefühl. Ist klar. Natürlich. Wir hatten keine Kerzen mehr. Meine waren dann auch weg. Und dann hat sie wieder angefangen. Hupfen. Guck mal. Der Busch ist hartnäckig. Für den Busch hier. Der Busch. Müssen die halt alle abhängen. Der war knüppelhach. Da konnte ich nicht durchfahren mit dem Bus. Wir müssen noch gar nicht auf einem Fleck bleiben. So jetzt haben wir gleich die Sterne blinkern schon. Wir haben sie gleich wieder abgehangen. Wir sind gleich weg. Doch. Aber ich glaube das ist auch keiner mehr verpisst. Zwei die blinken. Ja ich war verpisst. Ja. Oh hier. Amerika flach. Schön drüber. Weg durch die Hütte hier. Das ist die Wege. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hatte keine Leer. Ich war der Erste der keine mehr hatte. Ja alles klar. Ich war der Erste der keine mehr hatte. Wir sind einmal frei. Genau. Ich habe mich erst mal fünfmal so. Ich habe so schön Ausflug gemacht. Sehr schön Chris. Geht dein Auto überhaupt noch oder explizit es gleich? Das geht. Oh das fährt. Das fährt. Das fährt. Und jetzt noch ein Reifel an das fährt. Hauptsache es fährt. Oh. Hauptsache es fährt. Kommt ihr holen. Das ist die Pullen der Kommt um. Der zieht ein bisschen nach rechts. Aber sonst ist kein Unfall war. Neu. Neu gebraucht. Kaum. Kaum genutzt. Wettler hat Angst. Wettler hat Angst. Kaum gebraucht. Immer sorgfältig. Herr der Straße. Rang erhöht. Genau. Immer pfleglich. Immer ausgesaugt. Kein Raucherauto. Keine Katze. Ich stand immer in der Garage. Genau. Die Kinder haben mit dem Hammer drauf gehauen. Ich habe extra noch eine Innenreinigung machen lassen. Genau. Ey. Auch Toy, du hast es kaputt gemacht. So. Du bist auf dem Müll, da wo es hingehört. Oh. Ich bin da. So jetzt müsst ihr den. Einparken hier. Ja. Wohin da. Ja, wir haben's. Ah, ha, ha. Und? Was haben wir? Ah, da kommt wieder Dimitri. Psst. Story. Ich habe aber die ganze Zeit verquatscht. Jetzt kannst du mich auch verquatschen. Ja. Natürlich. Das ist ein Insider. Bestanden. Bestanden. Bronze, Silber. Wieder nur Silber. Oh, yeah. Bronze, Silber und Gold. Der Beifahrer kriegt Platte. Nein. Das ist sein eigenes Fenster. Das ist sein eigenes Fenster. Die ganze Zeit die Bullen durchschossen, ja. Er guckt die ganze Zeit für das Fenster und sagt, oh, schöne Aussicht und Platin dafür. Der Chris hat vor uns auch seine Platin bekommen, obwohl er die ganze Zeit verkackt hat mit uns. Nein. Nein. Doch. Doch. So, und jetzt sehen wir uns. Das hat dir der Teufel verraten. Und jetzt, ja, ist glaube ich die Mission vorbei, ne? Den schwarzen Bildschirm. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Jetzt geht's. Hat er nicht. Bitte. Aber jetzt. Da. Aber jetzt. Und jetzt. Ja, Mission vorbei, ne? Schwarzer Adler auf schwarzem Grund. Genau. Siehst du ihn. Siehst du ihn. So schnell eine Lache. Ja. Schaffen wir dann jetzt noch eine Mission? Nein. Ich seh nix mehr. Die nächste Mission schaffen wir dann in der nächsten Folge. Ehrlich? Dann machen wir erstmal, ja, ich weiß nicht wieviel. Oh, yay. Jetzt. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und dann geht's zur Mission 3. Genau. Und ja, bis denn. Ciao. 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 Hat er noch einer, du Sack?